Hallo, in diesem Video geht es um das Zusammenspiel von Parabeln und Graden, also quadratischen bzw. linearen Funktionen. In einem frühen Video hast du gesehen, dass es drei Möglichkeiten der gegenseitigen Lage einer Gerade und einer Parabel gibt. Entweder die Gerade schneidet die Parabel, dann haben wir eine Sekante, es gibt also zwei gemeinsame Schnittpunkte mit der Parabel. Oder aber die Gerade ist eine Tangente an die Parabel, dann gibt es nur einen gemeinsamen Punkt mit der Parabel, das ist dieser Berührpunkt. Oder aber die Gerade geht an der Parabel vorbei, dann handelt es sich um eine Passante und wir haben keine gemeinsamen Schnittpunkte. In dem früheren Video ging es darum, dass wenn man die Gleichung einer Parabel und einer Gerade gegeben hat, zu überprüfen, ob es sich bei dieser Gerade um eine Sekante, Tangente oder Passante handelt. Dazu hatten wir damals die Parabelgleichung f von x mit der Geradengleichung g von x gleichgesetzt, dann die Gleichung gelöst und dann die Anzahl der Lösungen betrachtet. Und je nachdem, ob wir zwei, eine oder keine Lösungen hatten, haben wir dann gewusst, ob wir eine Sekante, Tangente oder Passante haben. Mithilfe dieser Vorüberlegung zur Anzahl der Lösungen beim Gleichsetzen von Parabel und Geradengleichung wollen wir uns jetzt dieser Aufgabe widmen. Wir möchten nämlich eine Formel herleiten, mit der wir die Gleichung einer Tangente an eine Parabel des Typs a mal x hoch 2 bestimmen können. Wichtig zu erwähnen ist, dass man diese Aufgabe auch einfacher sogar mit der Differenzialrechnung bearbeiten kann, aber wir tun jetzt so, dass wir am Anfang der Einführungsphase sind, wo wir gerade eben halt quadratische und lineare Funktionen durchgenommen haben und wir arbeiten jetzt über die Anzahl der Lösungen dieser Gleichung hier. So, was wir mit dieser Aufgabe erreichen wollen, möchte ich an diesem Funktionsplotter zeigen. Wir haben eine Parabel der allgemeinen Form a mal x Quadrat und wenn ich an diesem a tune, dann sieht man, dass sich die Form der Funktion ändert. Wir kriegen, wenn wir a größer 1 wählen, eine gestreckte Funktion. Bei a zwischen 0 und 1 kriegen wir eine gestauchte Funktion. Wenn a negative Werte hat, kriegen wir eine nach unten geöffnete Parabel. Und über diesen Schieber hier kann ich die Lage des Berührpunktes verändern und wir sehen, wie sich die Tangente dann verändert und die Tangentengleichung. Wenn ich jetzt zum Beispiel a gleich 1, also die Normalparabel wähle und den Berührpunkt an der Stelle 2 habe, dann ergibt sich eine Tangentengleichung t von x gleich 4x minus 4. Oder wenn ich die Parabel 1,5x Quadrat wähle und die Tangente durch den Punkt 2,6 lege, dann kriege ich als Tangentengleichung t von x gleich 6x minus 6. Und bei dieser Aufgabe möchte ich eben halt eine allgemeine Formel herleiten, in die man nur eingeben muss, welches a man gewählt hat für seine Parabelfunktion, wo der Berührpunkt liegt und dann wird automatisch die Tangentengleichung berechnet. So, wie gehen wir jetzt rechnerisch vor? Nun, wir nehmen den Funktionsterm unserer Parabelfunktion f von x und setzen diese gleich mit der Tangentengleichung t von x. t von x ist natürlich eine Gerade und deswegen gehorcht t von x auf die allgemeine Geradengleichung, das ist ja mx plus b. Und wir setzen ja die beiden Funktionen mit dem Hintergedanken gleich, um gemeinsame Schnittpunkte zu bestimmen. Wir wissen aber schon, dass eine Tangente nur einen gemeinsamen Punkt mit der Parabel hat und das müssen wir gleich berücksichtigen. Wenn wir jetzt hier diese Gleichung haben, bringen wir jetzt alles auf eine Seite, sodass jetzt auf einer Seite nur noch 0 steht. Und jetzt haben wir hier eine quadratische Gleichung und diese können wir mit der pq-Formel lösen, aber erst dann, wenn vor dem x² 1 steht, aber momentan steht hier a, also müssen wir diese Gleichung erst noch durch a teilen. Dann erhalten wir x² minus m geteilt durch a mal x minus b durch a gleich 0. Hier können wir jetzt die pq-Formel anwenden und dabei ist p ja der Koeffizient von x und q hier der Term ohne x. Wenn wir p und q jetzt in die pq-Formel einsetzen, erhalten wir das hier und hier können wir noch ein bisschen aufräumen. Dieses minus mal minus gibt plus und m geteilt durch a geteilt durch 2 liefert m geteilt durch 2a. Genauso steht hier in dieser Klammer minus m geteilt durch 2a und nachdem wir das quadrieren, fällt das minus weg, weil minus mal minus gibt plus und m geteilt durch 2a in Klammern zum Quadrat gibt m² durch 4a² und hier dieses minus minus wird ebenfalls zum Plus. So und jetzt kommt der Clou in unsere Überlegung. Wir hatten ja gesagt, dass die Tangente nur einen gemeinsamen Punkt mit der Parabel hat. Das bedeutet, dass es hier nur eine Lösung geben kann und es gibt nur dann eine Lösung, wenn der Term hier unter der Wurzel gleich 0 wird. Denn dann steht hier m geteilt durch 2a plus minus Wurzel 0. Der glanzerechte Teil fällt also weg und dieses verbleibende m geteilt durch 2a ist die Berührstelle, die ich jetzt in xb umgetauft habe. So, was bringt uns das Ganze jetzt eigentlich? Wir können für unsere Funktion f von x gleich ax² eine beliebige Berührstelle ausrechnen. Wir können also die Berührstelle xb frei wählen und die y-Koordinate des Punktes berechnen, indem wir xb in die Funktionsvorschrift einsetzen und f von xb ist dann ja a mal xb² und weil xb gleich m geteilt durch 2a ist, wie hier oben steht, können wir nach m auflösen. Das ergibt ja 2a mal xb und das ist die Steigung in unserer Tangentengleichung. Also wir haben schon einen Wert für m in Abhängigkeit des gegebenen Wertes für a und der gewählten Berührstelle xb. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Ausdruck für das b, also den y-Achsenabschnitt der Tangentengleichung. Diesen können wir berechnen, indem wir hier überlegen, was wir vorhin gesagt haben, der Term unter der Wurzel muss gleich 0 sein und aus dieser Bedingung haben wir jetzt eine Gleichung bestimmt, die wir nach b auflösen können. Zunächst bringen wir den linken Term hier mit Vorzeichenwechsel rüber. So, dann multiplizieren wir mit a, um das b freizustellen und erhalten das hier. Das m, was hier vorkommt, können wir hier ersetzen durch 2a mal xb und wenn wir diesen Term weiter vereinfachen, ergibt sich für b gleich minus a mal xb Quadrat. Wenn wir diesen Ausdruck jetzt hier für b einsetzen, kriegen wir unsere Tangentengleichung, in der nur noch bekannte Größen vorkommen. a kennen wir aus der Aufgabenstellung und xb ist die x-Koordinate unseres gewählten Berührpunktes. Was vielleicht hier auch noch auffällt, ist, dass die y-Koordinate des Berührpunktes a mal xb Quadrat ist. Ich nenne diesen Term mal yb und a mal xb zum Quadrat steht auch hier am Ende der Tangentengleichung. Deswegen kann man die Tangentengleichung auch so schreiben. So, schauen wir uns zum Schluss noch ein Anwendungsbeispiel an. Wir haben die Funktion f von x gleich 0,75 mal x Quadrat gegeben. Unser Berührpunkt soll an der Stelle x gleich minus 2 liegen. Um die y-Koordinate auszurechnen, bestimmen wir f von minus 2, setzen also minus 2 für x ein und erhalten als y-Koordinate 3. Jetzt setzen wir alles hier in unsere Tangentengleichung ein. a ist 0,75. Unsere Berührstelle ist minus 2. die y-Koordinate ist 3. Das setzen wir für yb ein. Rechnen das hier vorne zusammen. 2 mal minus 2 ist minus 4. Minus 4 mal 0,75 ist minus 3. Das ist die Steigung. Also haben wir minus 3x minus 3. Und wenn wir hier in unserem Funktionsplotter diese Parameter einstellen, a ist 0,75. Der Berührpunkt hat minus 2,3. Dann kriegen wir als Tangentengleichung tatsächlich minus 3x minus 3 raus. So, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert auch meinen Kanal und verpasst kein Video mehr. Empfiehle mich weiter. Teile meine Videos. Hinterlasse mir Kommentare. Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Lernen weiterhin. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.